jetzt gehen wir mal kurz hier zu diesen typen da das machen wir mal kurz feite klappen guckst du blöder, du kriegst nichts zu essen, du kannst dir selber dein essen besorgen weißt schon, dass ich den Arsch wischen muss, wenn du zu blöd dafür bist Hasenbraten Ich dachte, ich habe ihn getroffen, oder ich nicht? Ach, da ist er doch, da ist er doch Nice Jetzt haben wir uns gleich wieder Ist ja gar nichts, was ich in dem Leben bekomme dafür Röscher Scheiße Er trinkt so lecker aus, also nur mirkerschmecker Oh, in Toonhause lang so längste hoch Ekelhoff guckt dir den Scheiß an. Ich würde es mal so schwer behaupten, die haben hier richtig losgelegt. Ich würde es mal so schwer behaupten, die haben hier richtig losgelegt. Ein Joghurtbecher, der war ja Joghurt. Happy Meal haben wir hier auch noch gefunden. Das ist ein Happy Meal, weil es happy ist. Alter, Vogel, direkt in mein Gesicht. Hilfe. Die arme Piepen, Max. Was sind denn die? Alles kaputt machen. Können sie sich alles wieder neu erbauen. Mistschweine. Ja. Ja. Ich bin der König der Welt. Was war das? Was ist denn das für ein Kack? Ich habe doch ja nichts gemacht. Er läuft in meine Axt rein. Cooler Typ. Das lassen wir mal dabei. Jetzt holen wir mal unser Navi System aus. Wir sind hier. Da nach oben gibt es Punkte. Wir gehen da hin. Auf geht's. Da wollen wir jetzt hin. Ich laufe durch den Wald. Ich laufe durch den Wald. Du 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 da da. Kommt ruhig alle her. Ich hau euch meine Axt überm Hoppbam. Hier gibt es sogar einen Yanderweg. Komm schon. Hielt dich nicht umsonst. Kostet alles Geld. Kleine Sau du. Komm schon. Komm schon. Ich brauche keine Wärme. Auf gehts, auf gehts, nehme ich mein Holz. Ich bin gespannt was da vorne ist, bestimmt irgendwas krasses. Na komm schon, ich warte sogar auf dich, damit du zuerst umgebracht wirst, wenn wir da ankommen. Oh jetzt sind wir gleich da, wir sind gleich da. Jetzt machen wir das mal ganz ganz clever. Jetzt warten wir mal ganz kurz auf ihn. So jetzt komm her du Luftpumpe du. Hallo. Ja. Ja. Dann machen wir das selber. Ja, ne Plane und ein Stück brauche ich. So jetzt schauen wir mal schon in den Tor. Zack. War ein Stock man. Ich will nämlich speichern. Okay und suche ein Stock sage ich jetzt. Jetzt holen wir erstmal einen Stock. Stock, 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 Stock. Ja gib mir den scheiß Stock. Hallo. Scheiß Stock hab ich gesagt. Wie er jetzt wieder rumheult. Wer jetzt wieder rumheult. Richtig. Richtig. Und weiter geht's. Jetzt muss ich ihm wieder sagen, er soll die Stöcker fallen lassen. Ist zu blöder der Typ. So jetzt ist mir einfach nur folgen. Ja ok ich komm mit. Bambi ist da. Direkt eine Granate im Kopf werfen. Schnell einen Taser rausholen. Ich stelle das Vieh jetzt einfach. Schnell eine Granate am Kopf schmeißen. Schnell eine Granate an den Kopf werfen. Schnell eine Granate an den Kopf werfen. das ist eine Höhle. Okay. Also doch kein Hörsch-Ragout heute, was haben wir denn hier, Steinpfeil, das können wir machen. Kombiniere. Jetzt muss ich mich jetzt gerade verarschen, ich will da nicht viel Stoff nehmen. Ich wollte eigentlich kombinieren. Dann kommt das da so drauf. Die Melodie dazu. So, jetzt haben wir erstmal kombiniert so eine Vöckel. Vöckel brauchen wir auch, also haben wir einen Stock. Oh, gleich noch eine. Voll. Wollen wir mal. Achso, das ist im Grundsatz schon voll, okay. Das heißt, das können wir nicht machen. Let's packen? Nein, ich will das wegpacken. Jetzt können wir noch ein Blatt, äh, Rüstung. Und was noch? Das ist es nicht. Hand für die Keule. Jawohl. Tauchgerät, Tragen, ablehnen. Jetzt machen wir uns hier mal eine Keule rein. Ah, auch schön. Und da wird dieses Speer. Nice. So. Und jetzt machen wir das schon mal. Und jetzt machen wir das schon mal. Und jetzt sehen wir das schon mal. was würden sie halt brauchen würden ich hätte so einen Bogen gemacht dann gehen wir mal schnell in die Höhle rein mal kurz reingucken, Angst haben jetzt nehmen wir uns jetzt mit der Fackel lieber raus die Fackel ist glaube ich schöner ausrüsten wir waren das auf MS oh Gott, oh Gott, jetzt gehe ich in die Höhle da rein und der andere Sack bleibt wieder draußen und lässt mich hier alleine reingehen mal schnell was essen natürlich ein Typ für sich, weißt du, lässt mich hier alleine Pisser aha jetzt bin ich selber gespannt was ist da für eine Scheiße, was rauskommt was ist denn das Lagerraum oder was Kühlschränk oder was fresh until Tuesday nehmen wir mit brauchen wir immer brauchen wir nicht die Kacke weg wo hat er sich die Fackel gerade hingeschoben also zu futtern ist die einfach so ohne Wasser einfach reingeschmacht alles mitnehmen da liegt so Fleisch einfach rum das für ein Zeug schlag ihn schlag ihn doch einfach schau mal, der Staubsauger schlag ihn doch nicht wenn wir sind ist er Das ist ja richtig lustig, wo ist hier eine Chipkarte. Ist jemand von denen eine Chipkarte? Eine scheiß Karte. Hat auch keiner. Und hier ist doch keine Chipkarte, die rumliegt. Ich fackel den Müll ab. Was geht ab? Nimm doch den Akkubohrer mit, Alter. Viel besser als Haus bauen. Vielleicht ist er da noch ein bisschen Bauer drauf. Oder liegt da noch was? Einen Apfel, weißt du nicht? Nimm da nicht mit. Was für ein Hirsch. Ist ja egal, ob der angebissen ist. Du hast nichts, nimm alles mit einfach. Keine Karte, also das war's. Habe ich hier nur ein bisschen Fressen gefunden. Ich gehe davon aus, dass ich so eine Karte noch finden werde. Momentan. Was ist das hier eigentlich? Druckerharz. Wie ist die Rede von? Speckstückchen. Ja, grap. Draht. Ne, glaube ich nicht. Ne, glaube ich nicht. Denkstückchen hinzufügen. Brauchen wir nicht. Ach, Pfeile. Okay, nichts gefunden. Auf geht's. Dann machen wir nicht so. Also wieder gehen. Noch ein kurzer Besuch hier. Das war ein sehr sehr guter Besuch. Das war ein sehr sehr guter Besuch. Ich habe es mir doch wirklich, ehrlich sein, ein bisschen schlimmer vorgestellt als das. Der hatte ja hier auch keine Karte, oder? Aufstehen. Na gut, jetzt machen wir das mal so. Ich habe schon jetzt mal einen Unterschlupf, ich muss speichern. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.